Musik Ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Faktoren, die hier zusammenwirken und die natürlich auch bei verschiedenen Pflegenden ganz unterschiedliche Konstellationen annehmen. Am Anfang steht aus meiner Sicht das gesellschaftliche Misstrauen gegenüber der Pflege. Einhergehend mit einem sehr hohen Kontrollapparat und Dokumentationsaufwand. Dahinter steht natürlich die Vorstellung, ihr seid nicht in der Lage, eure Aufgaben kompetent und professionell zu erledigen. Deswegen müssen wir euch kontrollieren. Das hängt natürlich zusammen mit einer geringen Anerkennung für nicht technisierte Humandienstleistungen insgesamt. Das heißt, da fängt das an. Der zweite Faktor ist, dass Pflegende am laufenden Bande mit sehr unangenehmen Situationen und auch eigenen Gefühlen konfrontiert werden. Drittens trifft das bei vielen Pflegenden oft ein Gefühl von Unsicherheit und vielleicht auch auf ein geringes Selbstwertgefühl. Das wiederum dazu führt, dass man sehr hohe Anforderungen an sich selbst hat, von denen man schwer Abstand nehmen kann. Also man kann sich nicht mit weniger zufrieden geben. Und je höher die Anforderungen an sich selbst sind, desto geringer ist oft der Kontakt zu den eigenen Gefühlen und den eigenen Bedürfnissen. Und wiederum, je geringer der Kontakt zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen ist, desto schlechter kann man sich abgrenzen und Nein sagen. Also eine ganze Kette von Faktoren, die dazu führen. Am Ende dieser Entwicklung steht jedenfalls die Entwicklung von Suchtverhalten. Ja, das ist also zu viel süßes Essen, zu viel Rauchen und auch Alkohol spielt eine Rolle. Also die Unsicherheit und das geringe Selbstwertgefühl im Zusammenhang mit dem Misstrauen führt zu sehr hohen Anforderungen. Die wiederum führen dazu, dass man eigene Gefühle und Bedürfnisse wenig in den Blick bekommt. Und die wiederum sind die Grundlage für ein Suchtverhalten. Das Ganze hängt natürlich noch auch mit der Natur der pflegerischen Arbeit zusammen. Pflegerische Arbeit ist ein Stück weit rückzugslos. Man ist immer da, man ist immer zuständig. Es ist sozusagen eine Restkategorie gesundheitlichen Handelns, für die Pflege immer zuständig ist. Das heißt, das, was auf anderen Ebenen nicht gelöst werden kann, damit muss Pflege irgendwie zurechtkommen. Das Problem ist eigentlich gar nicht, dass man Stress hat. Das Problem ist, dass man diese nicht-adaptiven Reaktionen, das Grübeln, das Nachdenken, das Hängenbleiben am Stress nicht mehr in genügend ausreichendem Ausmaße los wird. Damit ergibt sich ein permanent hoher Level an Stressreaktionen und der hat dann auf die Dauer vielerlei gesundheitlich negative Folgen. Also das ist eine Kette von sehr unterschiedlichen Faktoren, die zusammenwirken. Also ich würde auf drei Ebenen das ansiedeln. Einmal der Ebene des Individuums, dann die Ebene der Organisation und dann auch die politisch-gesellschaftliche Ebene. Auf der Ebene des Einzelnen ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich in der gesamten Ausbildung und dann auch in der weiteren Existenz in diesem Beruf damit zu befassen, die Dinge, die einem Freude bereiten und die einen mit anderen Menschen zusammenbringen, wirklich zu pflegen. Es also von vornherein ernst zu nehmen, die eigenen Dinge, die einen entlasten und gut tun, zu pflegen. Also die erste Aufgabe wäre, von vornherein wirklich zu lernen, die Selbstpflege ernst zu nehmen, wirklich als Bedingung, ohne die man nicht pflegen kann. Und da ist aus meiner Sicht schon wichtig, solche Dinge für sich zu tun, wie ausreichend Bewegung, ausreichend mit anderen Menschen, möglichst nicht aus dem Pflegebereich zusammen zu sein und im eigenen, privaten Bereich nicht auch noch zusätzlich selber zu pflegen. Also nicht in eine Doppelrolle zu kommen, wo ich zu Hause auch noch weiter pflegen muss. Also diese Achtsamkeit auf sich selbst, die kann natürlich unterstützt werden durch Programme wie Yoga, Tai Chi, was auch immer. Aber ich muss bewusst irgendeine dieser Dinge konsequent verfolgen, um für mich dieses Herunterkommen von der Stressebene dauerhaft und wirksam im Alltag zu verankern. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist natürlich, Pflegende sind unzufriedener, je höher sie selbstwirksam sein können. Also wenn die Rahmenbedingungen, unter denen ich arbeite, auch Bedingungen sind, die ich selber zu einem Gutteil mitbestimmen und mitgestalten kann. Je enger ich kontrolliert werde, je mehr ich fremdbestimmt werde, je mehr ich Dinge tun muss, die eigentlich meinem professionellen Urteil entgegenlaufen und die ich für sinnlos halte, desto größer ist eigentlich das Stress erleben. Das heißt, Unternehmen müssten Rahmenbedingungen schaffen, unter denen Pflegende zu einem großen, in einem großen Ausmaße selbstbestimmt arbeiten können. Self-Efficiency ist so das Stichwort. Und die dritte Ebene, das wäre die politische Ebene. Ich denke schon, dass das Ausmaß, in dem Pflegende sich zu sich und ihrer Beruflichkeit auch politisch nicht äußern und einbringen, keine Lobby bilden, ein wesentlicher Faktor ist, der so die Hilflosigkeitssituation unterstreicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020